Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde, ja wie ihr es hört, ich bin wieder da, endlich nach einem langen Krankenhausaufenthalt und war echt eine miese Zeit, ich bin fast schon glaube ich dreieinhalb Monate oder so ausgefallen. Ich habe mich wieder kuriert, ich bin zwar immer noch krank, aber ich kann wieder, ich habe mein Zeug wieder da, ich kann wieder Videos machen und möchte natürlich jetzt langsam alles wieder einpegeln lassen. Wegen den Kanalvorstellungen, schreibt mich doch nochmal bitte an, wer eine Kanalvorstellung haben möchte. Ich habe zwar noch ein paar aufgeschrieben, aber würde mich sehr freuen, weil ich nicht mehr genau alles weiß oder alle weiß, besser gesagt. Deswegen gar kein Problem, einfach mich anschreiben. Natürlich muss ich jetzt erstmal wieder langsam alles einpegeln, ich habe auch auf dem Hauptkanal noch jede Menge zu tun und deswegen bitte um Verständnis. Aber ich bin da und ich werde natürlich jetzt auch die Leute, die ich noch weiß, die mich angeschrieben haben, vorstellen und wer natürlich dann einem möchte, einfach Bescheid sagen, gar kein Problem. Gut, dann fangen wir doch mal an. Ich freue mich endlich wieder eure Kanäle vorstellen zu dürfen, zu können und dass alles mal wieder seinen gewohnten Weg geht. Dann fangen wir doch mal an. Wir haben hier Underdog Games und wie gesagt, Abo ist es absolut egal, ich stelle jeden vor. Mir macht das riesen Spaß und ja, heute haben wir den Underdog Games. Jetzt gucken wir mal gerade Übersichtsseite, sieht ja schon mal mega geil aus, der Banner Mario. Da macht man ja nie was falsch mit. Und gut, dann würde ich sagen, dann geben wir erstmal Kanal-Info und dann schauen wir mal, was er uns so anzubieten hat. 29 Abonnenten, 1123 Aufrufe, Beitritt am 13.06.2016, ja ist ja noch nicht so lange und schon 1000 Aufrufe ist ja nicht schlecht. Hey du Neuling und willkommen in mein Reich. Wenn du schon einmal solch eine Kraft aufgewandt hast, um auf meinen Kanal zu klicken, solltest du dich am besten ein wenig zurückkehren. Äh, zurücklehnen, schuldigung, zurückkehren. Aber klar, immer wieder zurück, oh Gott ey, man merkt schon, ich bin raus, ist zurückkehren. Ja seht ihr, ich habe dieses Wort, dass ich wieder zurück bin, habe ich jetzt so intensiv drin, ja, dass ich ja auf jeden Wort schon aus zurücklehnen, zurückkehren mache. Mein Gott ey. Äh, zurücklehnen und India anschauen. Am 05.04.2015 habe ich angefangen Videos auf YouTube zu produzieren, in diesen geht es hauptsächlich um Let's Plays zu allen möglichen Spielen von Nintendo, Sega, Sony etc. Ich produziere meine Videos mit Herzblut und Spaß. Mein Ziel dabei ist es eine wundervolle Videospielwelt gemeinsam mit dir einzutauchen. Auch an Together It's Retter habe ich Spaß. Täglich versuche ich 1-2 Videos zu bringen und bei Fragen stellt sie gerne. Ich beiße nur gelegentlich, na will ich hoffen. Uploadplan, 1.8.16 bis 7.8 bis 16, was? Nein, Quatsch, klar. Zeiten, dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 14 Uhr Spongebob, Freitag 14 Uhr Pokémon Feuerrot, Samstag 14 Uhr Spongebob, 18 Uhr PCL Spieltag 10. Okay, ja, immer wieder neue Sachen, die ich auch lerne. Sonntag 14 Uhr Super Smash Bros. Oh, das habe ich früher auch gesüchtelt, mega geil. Details Deutschland natürlich, Twitter, Killer-Rangliste und dann die Tabellen hier, Tabelle und Spielplan. Ja, sauber auf jeden Fall und schön finde ich immer sehr wichtig und sehr cool. So einen kleinen Plan hier, da weiß man immer, aha, da kommt was Neues. Da muss man sich nicht immer auf Zufällen gucken. Oh ja, jetzt kommt das und das. Nein, hat er schön hier eingetragen, gefällt mir. Gut, dann gehen wir doch mal auf die Übersichtsseite. Da muss man wieder reinkommen hier. Sorry Leute, wenn irgendwas verplappert oder so. Ihr wisst ja, lange weg und, aber es geht natürlich auch rucki zucki wieder, dass ich wieder so meinen Rhythmus gefunden habe. Und ich freue mich natürlich, sieht wieder mega geil aus. Gut, dann gucken wir uns nachher mal auf jeden Fall mal hier diesen Willkommen auf den Kanal Underdog Games. Schauen wir uns das nachher mal an hier ein bisschen. Und dann haben wir hier beliebte Videos. Ihr seht schon hier, 67 Aufrufe. Willkommen auf den Kanal. Aha, sehr schön. Ghostbusters, auch sehr cool. Was? Mare, super Mare mit den Ghostbusters. Läuft es am besten. Ja, nice. Ja, ich war letztens im Film drin. Kann ich nur empfehlen, war echt cool. Dann eigene Playlisten, sehr schön. Da kann man direkt über die Hauptseite drauf gucken. Und letzte Aktivitäten, sehr cool. Ist immer wichtig. Vor einer Stunde, vor fünf Stunden, vor einem Tag, vor zwei Tagen. Also ihr seht schon, hier wird fleißig hochgeladen. Gefällt mir. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal hier an ein bisschen was. So eingestellt ist. Was haben wir denn so anzubieten? 1080, finde ich wunderbar. Ja, ich habe ein bisschen schnelles Internet auch gerade zur Verfügung. Anmerkung mache ich mal kurz aus. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal ein bisschen rein. Viel Spaß. Wir sind der schwule Freund. Papa, Papa, Mutter und Kind. Und ich will die bis zum Papa. Willkommen zu diesem neuen Let's Play. Wir spielen Disney Castle of Illusion. Entwickelt von Sega ist eine Remastered Version. Hallo. Guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einem, äh, zu meinem ersten Let's Play. Again. Und zwar Super Mario 64. Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zur Spieltaganalyse des ersten Spieltags der zweiten Liga von der PCL. Super Smash Bros. Ja, nice. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Ja, finde ich ganz cool eigentlich. Mal so einen Kanal-Twitter so mit allem drin, was man so, sag ich mal, spielt oder Let's Playt. Und, äh, war doch gar nicht mal so schlecht. Und, äh, sehr viele alte Erinnerungen kommen auf, grad Super Mario auf Nintendo 64. Oh Gott, das hab ich auch gesüchtelt. Oh Mann, oh Mann. Oh, den alten Klassiker, ja, den hab ich auch gespielt, ja. Nicht schlecht, ich glaub, die hab ich sogar irgendwo noch rumliegen. Und Playstation 1 und 2 und, ach, hört auf. Ja, sammelt sich an, ne? Und jetzt sind wir schon bei 4. Nicht schlecht, gefällt mir. Dann schauen wir doch mal ganz kurz auf Videos, wie die Thumbnails so aussehen. Ihr seht schon, sehr, sehr schön die Thumbnails. Auch schön bunt, gefällt mir. Pokémon find ich sehr geil, bestimmt auch Pokémon Go am Zocken, oder? Gib's zu. Im Moment ist ja Pokémon Go-Fieber. Ja, sieht gut aus. Also ihr habt ja jede Menge Videos, seht schon. Und natürlich die guten Klassiker. Und es geht auch nix über die Klassiker. Gefällt mir. Ja, und wie schon gesagt, vor einem Tag, also hier eine Stunde, 5 Stunden, einen Tag, zwei Tagen, drei Tagen, vier Tagen, fünf Tagen, sechs Tagen. Also hier läuft ordentlich Videos. Auf jeden Fall mal reinschauen. Dann Playlisten, was haben wir denn hier? Da haben wir Need for Speed, Phoenix, Livestreams auch. Oh, richtig gut. SpongeBob, Super Smash, PCL 2 Season. Pokémon und nochmal hier Season. Dann Super Mario 3D Land, Super Mario 64 und Castle of Illusion. Nicht schlecht, immer weitermachen. Kann ich nur empfehlen. Kanäle. Hier wahrscheinlich meine YouTube-Familie. Sehr cool, immer Freunde vorstellen. Finde ich immer sehr cool. Ist auf jeden Fall nice. Gehört sich so. Habe ich auch immer drin. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Diskussion. Haben wir hier was stehen? Noch nicht? Kommt noch. Aber dafür bist du auch noch nicht so lange dabei. Aber läuft auf jeden Fall schon mal richtig gut. Bleib dran. Und weitermachen. Gut, haben wir alles durch. Hier nochmal gucken. Da sind wir auch drüber gegangen. Sieht auch sehr nice aus. Und für den Anfang auf jeden Fall alles richtig gemacht. Immer weiter schön machen. Schöne Bildqualität. Tonqualität ist auch gut. Ich habe vorhin mal reingehört. Kann man sich alles gut anhören. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Immer weitermachen. Und ja, täglich Videos ist auf jeden Fall eine gute Sache. Natürlich ist die Beschreibung. Den Link ist in der Beschreibung drin. Und ja, ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Und kommen wir auf jeden Fall auch mal in die Community von mir. Und von meinem besten Mann. Wir haben ja eine Community gegründet. Da kannst du auch Videos posten. Das findest du bei mir bei Kanal Info unten. YouTube Germany Community. Da sind auch schon mittlerweile über 700 Leute drin. Einfach Videos posten. Dann gucken die Leute sich auch deine Videos an. Hilft immer wieder. Finde ich eine ganz coole Sache über Google+. Und schaut hier unbedingt rein, liebe Freunde. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Kanalvorstellung. Euer Rivano. Bis dann. Ciao.